Für das Original dieser Büste saß Sigmund Freud Selbstmodell. Sie wurde von David Paul Königsberger angefertigt und dem berühmten Psychiater im Jahr 1921 zu seinem 65. Geburtstag von seinen Schülern und Freunden verehrt. 1856 in Mähren geboren, kam Freud im Alter von drei Jahren nach Wien, wo er auch aufwuchs. Zunächst wollte er Politiker werden, entschied sich dann aber doch für die Medizin. Er studierte an der Universität Wien und wurde hier 1885 für das Fach Neuropathologie habilitiert. Nach Forschungsaufenthalten in Paris und Nancy erhielt Freud 1885 an der Universität Wien die Lehrbefugnis. Zugleich arbeitete er als praktischer Arzt, wobei er sich zunehmend der Erforschung seelischer Krankheiten zuwandte. Aus seinen grundlegend neuen Ansichten über das Seelenleben entwickelte er die Wissenschaft von den unbewussten seelischen Vorgängen sowie die Psychoanalyse. 1902 wurde ihm der Titel eines außerordentlichen Professors, 1919 eines ordentlichen Professors verliehen. Freuds Einfluss wehrt bis heute weltweit. Unter seinen Schülern waren viele später ebenfalls bedeutende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie etwa der Begründer der Individualpsychologie Alfred Adler, die erste weibliche Psychoanalytikerin Helene Deutsch oder der Begründer der analytischen Psychologie Carl Gustav Jung. Freuds Veröffentlichungen wie »Die Traumdeutung« oder »Das Ich und das Es« gehören auch außerhalb wissenschaftlicher Kreise zu den meistgelesenen theoretischen Schriften des 20. Jahrhunderts. Von ihm geprägte Begriffe wie »Das Unbewusste«, »Der Oedipuskomplex« oder auch der viel zitierte »Freudsche Versprecher« sind ins sprachliche Allgemeingut übergegangen. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1938 musste er, 82-jährig, emigrieren und starb ein Jahr später in London. Dort richtete seine Tochter Anna, die ebenfalls als Psychoanalytikerin Bedeutung erlangte, später ein Museum ein. In Wien befindet sich das vielbesuchte Sigmund-Freud-Museum seit 1971 in dessen langjähriger Wohnung und Praxis in der Berggasse 19. Bereits 1955 wurde eine Kopie von Königsbergers Büste erstellt und hier im Arkadenhof feierlich enthüllt. Der Marmorsockel trägt ein Zitat aus »König Oedipus« von Sophokles. »König Oedipus« von Sophokles« von Sophokles »